Frank Hoffmann Es müsste in den letzten 10 Jahren eine Kurve gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich auch den einen oder anderen schon mal zusammen. Fangen wir an. Wurde ja gerade schon gesagt, worüber wir eigentlich erzählen wollen. Das können wir dann irgendwie gerade auch skippen. Wer wir sind, fängst du mal kurz an. Ich bin Frank Hoffmann, ich bin öffentlich-spezialist und ich kümmere mich um technische Dokumentationen und darum Schulungen, wie wir auch im Bereich LPE. Axel und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und wir haben gesagt, wir machen heute einen Vortrag, wo es um kleine Kommandos-Einwerkzeuge geht. Mein Name ist Axel Beckert, ich bin Linux-Admin seit gefühlten Ewigkeiten und habe mich in letzter Zeit ein bisschen auch in Richtung Netzwerksicherheit spezialisiert. Bin bei Debian aktiv, betreue den Schweizer Debian-Mirror und sonst noch diverse Aktivitäten im Open-Source-Bereich allgemein. Und zusammen schreiben wir seit 2012 nach einem dummen Spruch, wenn wir so weitermachen beim Artikelschreiben, können wir eigentlich ein Buch schreiben, schreiben wir ein Buch. Das eigentlich nur über Debian-Paket-Management geht, nicht darüber, wie man Pakete baut. Das wären zwei weitere Bücher, gefühlt. Ja. Wir wollen euch heute ein paar Tools zeigen. Wir sagen euch normalerweise immer dazu, welches Debian- oder Ubuntu-Paket das Tool enthält. Ganz kurz ein bisschen, was man damit machen kann. Und ein paar Anwendungsfälle, aber in keinster Weise vollständig, sagen wir es mal so. Und ja, eben. Wir wissen nicht, wie die Pakete zum Teil in anderen Paket-Distributionen heißen. Manche von den Tools sind auch schon auf jedem Debian- oder Ubuntu drauf, weil sie in essentiellen Paketen wie Core-Utels drin sind. Andere sind per default nicht installiert, müssen nachinstalliert werden. Das ist unsere Liste mit noch ein paar Zusätzen von Leuten, die den Vortrag schon mal gehört haben und meinten, das fehlt aber auch noch. Und wenn ihr irgendwie noch Tools kennt, wo ihr ganz toll findet und keiner kennt, dürft ihr uns die gern mitteilen. Und dann bauen wir sie vielleicht beim späteren Vortrag auch mit ein. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir haben eine Reihe von kleinen Werkzeugen herausgesucht. Das sind die großen ganzen Textwerkzeuge. Und das erste Tool, was wir vorstellen, hat den Namen FMT. FMT ist im Paket Core-Utels enthalten. Und die Idee, die da dahinter steckt, ist, man nimmt einen Text und man formatiert Absätze oder Text einfach um. Und die generelle Idee dahinter ist zu sagen, okay, wir haben einen längeren Text und wir wollen diesen Text auf eine bestimmte Breite oder diesen Absatz auf eine bestimmte Breite formatieren. Kann das sein, wir haben irgendwo einen Text kopiert aus einem ManPager aus und man sagt, okay, wir brauchen das jetzt für 50 Zeichenbreite oder für 60 Zeichenbreite, damit das leichter lesbar ist. Und das ist genau das, was man dem MFT machen kann. Relativ einfach und relativ simpel. Und das, was man hier oben in diesem kleinen Screenshot sieht, FMT ist insofern ganz clever, es schaut sich nämlich an, welche Leerzeichen drin sind. Und wenn jetzt meinetwegen Mehrfachleerzeichen drin vorkommen, dann filtert es das entsprechend heraus. Und das ist insofern halt ganz hilfreich, weil dann eben diese ganzen Umbrüche und Leerzeichen, was man halt so beim Kopieren so mit erwischt, weil die Dinge dann einfach mit rausgefüllt werden. Nützliches Schalter ist einerseits Minus B oder auch in Langform Minus Minus VIV, um zu sagen, wie breit soll denn eigentlich der ausgegebende Text werden. Das Nummer 1 und Nummer 2, was wir gefunden haben, ist Minus P oder Minus Minus B. und damit haben wir die Möglichkeit zu sagen, liebes FMT-Kommando, schau dir bitte nur die Zeilen an, die ein entsprechendes Präfix haben. Also sprich, die nur mit einer bestimmten Menge an Buchstaben beginnen. Und das, was wir hier oben in diesem Kommando stehen haben, also FMT-W50 sagt, mach den Text 50 Zeichenbreit und formatiere nur die Zeilen, die mit einem Hashtag beginnen. Und damit verwischt man an der Stelle sämtliche Kommentare und sämtlicher Quelltext, der irgendwo noch steht, der bleibt unheimlich getestet. Es gibt ja unterschiedliche Coding-Styles, das heißt, wenn man irgendwo ein Quertext drin hat, der eine schreibt das mit 60 Zeichenbreit, der andere tippt mehrere Zeilen weg. Und damit kann man mit so einem Parameter Minus P, kann man genau die entsprechenden Kommentare umformatieren. Was macht denn eventuell mit einem Linefeed? Aus dem Publikum kann man die fragen, was mit einem Linefeed passiert. Das wandelt erst entsprechend um. Also wenn jetzt meinetwegen zwei Zeilen da sind, meinetwegen eine mit 50 Zeichen oder eine mit 60 und eine mit 30 und ich gebe an, ich möchte gerne 40 Zeichen haben, dann zieht es das sozusagen zusammen. Was auch ganz nützlich ist, ist noch Minus C oder Minus Quertum Margin und damit nimmt das Kommando einfach nur die allererste Zeile des Absatzes. Ein andersrum, das lässt die erste Zeile unverändert und kümmert sich um den ganzen Rest. Ja? Werner? Deine Frage? Ja, halt doch, die ist nicht zu gemein. Ich kann mir nichts Sinnvolles damit heutzutage mehr vorstellen, die FMT-Kommando. Ich sage ja, wozu brauche ich das? Entschuldigung. Also, die Frage war, wo das Kommando heute noch sinnvoll ist, im Zeitalter von beliebig breiten Browserfenstern etc. oder, ja, ich weiß nicht, also ich erlaube mir jetzt einfach mal hier zu antworten. Ich stelle es mir jetzt nicht vor als Tool, das man vielleicht direkt selber auf der Kommandozeile benutzt, aber zum Beispiel, wenn man eine Manpage anschaut, die wird ja dynamisch formatiert. Und ich kann mir vorstellen, dass da hinten dran vielleicht ähnliche Tools am Werkeln sind oder wenn man selber was schreibt, die halt dann auf die Breite von deinem Terminal das anpassen, damit der Text schön geflossen aussieht und nicht mitten am Wortunterbruch umgebrochen wird und auf der nächsten Zeile weitergeht. Also, wenn ich einen Man aufrufe und das Fenster bloß 60 Zeichen breit ist, das X-Term, und dann nachher breiter mache, dann bleibt der Text so klein, bis ich es neu aufrufe. Und ich denke, an solchen Stellen, wenn man sowas zum Beispiel in einem Shell-Skript benutzen will, um zum Beispiel, sagen wir mal, einen Hilfetext anzuzeigen, schön formatiert, dann ist das durchaus noch nützlich, finde ich. Dann haben wir ein weiteres Werkzeug, das nennt sich Formt. Das ist im gleichen DBA-Paket enthalten, gehört zur gleichen Kategorie und macht im Endeffekt fast das gleiche wie FMT. Der Unterschied da darin besteht, es hat eine andere Ausgangsposition, es formatiert den Text unabhängig von irgendwelchen Wortgrenzen. Also das FMT hat halt geschaut, wo es an der Stelle das Wort zur Hände oder hat an der Stelle umgebrochen, wo halt Wehrzeichen waren und das Fold macht es an der Stelle nicht. Das kann man dem aber mitteilen. Man kann also zum Beispiel sagen, mit Minus S oder Minus Minus Spaces und es genauso agieren soll wie das FMT. Ja. Column, machst du den ersten Teil wieder und ich den letzten Teil? Gerne. Schauen wir uns Column an. Wir haben jetzt erstmal den Text bislang nur so formatiert, dass es auf das Terminalfenster passt. Und teilweise brauchen wir auch Sachen, wo wir es auch spaltenweise ausgeben wollen. Und dann kommt das Column-Kommando mit dem Spiel und das nimmt eine Menge von Zeilen und gibt das Ganze spaltenweise aus. Das, was wir hier in diesem Beispiel sehen, ich habe hier eine Reihe von Adressen und ich habe gesagt, ich möchte das gerne auf meinem Terminalfenster darstellen, mit der es entsprechende Spalten haben. Und dann rechnen sie mir eben aus, wie viele Zeilen und Spalten es an der Stelle im Terminal darstellen kann. Einfach nebeneinander. Das Ganze füllt das Ganze von links nach rechts. Das heißt, erst die linke Spalte, dann die mittlere Spalte und dann die rechte Spalte. Genauso wie auf das Terminalfenster gerade passt. Möchtest du genützlichen Schalter machen? Ja, sonst können wir einfach noch mal schauen. Wobei, eben, Spaltenweise formatieren musst du noch erklären, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es macht. Es sagt an der Stelle, ich möchte das gerne spaltenweise haben und dann muss ich an der Stelle noch angeben, wie viele Spalten man an der Stelle auch haben will. Ich kann dann sagen, ich möchte fünf Spalten haben und ich möchte drei Spalten haben. Ja. Ansonsten, Minus X sorgt dafür, dass er sozusagen nicht zuerst die Spalten füllt, sondern zuerst die Zeilen. Analog. Wir haben ja auch wieder eine Datei mit Ortsnamen und Postleitzahlen. eine Kombination pro Zeile und er formatiert es eben wieder um. Leerzeilen beibehalten, also wenn irgendwo in dem Text Leerzeilen zwischendrin sind, wie man es jetzt hier in diesem Beispiel sieht, dann kommt da halt ein leerer Eintrag in der einen Spalte vor und in der einen Zeile, in der einen Stelle in der Matrix. Und ja, meine Lieblingsoption, wo ich die ganze Zeit schon darauf warte, das muss ich jetzt wieder ein bisschen kleiner machen. Sorry, dass das irgendwie schön hier ankommt. Ja, jetzt sieht es besser aus. Ich hoffe, man kann es hinten noch lesen. Zeilenumbrüche beibehalten. Bisher hat im Prinzip Column Zeilenumbrüche wie, also als Trenner für die einzelnen Datensätze genommen, aber trotzdem in mehrere Spalten formatiert. Und wenn ich jetzt irgendeinen Text habe, der schon in Spalten, also in einzelnen Feldern aufgesplittet ist, aber noch nicht schön in die entsprechenden Spalten aufgeteilt, also wenn man jetzt irgendwie ProgMounts anschaut, da ist immer zwischen jedem Parameter genau ein Leerzeichen. Und je nachdem, wie lang die ersten paar Einträge sind, desto mehr oder weniger hinten lang wird es und es wird unleserlich ohne Ende. Und wenn man das einfach mal leserlich haben will, reicht Column minus T, um das schön spaltenorientiert einmal ausgeben zu können. Also das ist eigentlich der Hauptzweck, wozu ich das Tool benutze, ist, um ProgMounts oder die FSTab oder MTab anzuschauen. Da sind jetzt gleich zwei Fragen. Ich fange mal hier hinten an. Sogar ich habe zwei Fragen. Also die erste, das kann ich an das auch was hinpipen. Die erste Frage ist, ob man auch in Column minus T was reinpipen kann. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gebraucht. Irgendjemand im Publikum sagt ja. Genau. Und die zweite ist bei dem minus T oben, wenn ich dem sage, die Daten, die du jetzt hast, sollst du auf fünf Spalten verteilen. Was macht er jetzt, wenn das viel zu lang ist? Die Frage ist, wenn die Felder breiter sind als das Terminal und mich mit minus C mehr Spalten als draufpassen angeht. Ich habe es nicht ausprobiert, aber in Anbetracht dessen, dass er zum Beispiel bei minus T immer zwei Leerzeichen zwischen jeder Spalte macht, gehe ich davon aus, dass er auch hier einfach zwei Leerzeichen dazwischen macht und die Terminalbreite einfach ignoriert. Kann das so bestätigen, ja. Ja, okay, gut. Und dann war hier unten noch eine Frage. Ja, der Default-Separator ist glaube ich alles, was Whitespace am Stück ist und ich finde der beste Schatten, also einer der coolen Schatten, die wir hier drauf können, sind eigentlich S, der Separator. Wenn du Pass-Videe oder so irgendwie gestimmt anzeigen, minus S und den Single-Quote-Doppelpunkt, dann kriegst du auch sowas. Das war keine Frage, es war eine Ergänzung, die wir sicher im nächsten Mal vielleicht mit drauf nehmen, minus klein S, klein S vermutlich, kann man auch den Separator angeben, der zum Auftrennen dann benutzt wird, statt Default-Leerzeichen vermutlich, beziehungsweise zwei Leerzeichen für Spalten, Trennung, wie man es hier vielleicht sieht. Danke für die Ergänzung. Ja. Das müssen wir ausprobieren und auch testen. So, du bist wieder dran. Kommen wir zum nächsten kleinen Werkzeug, das nennt sich Home. Es kommt ebenfalls in die Kategorie der Textwerkzeuge. Und das ist im Endeffekt etwas, was Textdateien miteinander vergleicht und die Idee dahinter ist zu sagen, okay, ich habe mehrere Textdateien und ich lasse mir anzeigen, welche Zeilen sind identisch und welche Zeilen sind unterschiedlich. Kommt und ergibt die Ausgabe in mehreren Spalten aus. Auf der linken Seite sind es die Inhalte, die in der ersten Datei sind, in der mittleren Spalte die, die nur in der zweiten Datei drin sind und in der dritten Spalte kommen nur die Inhalte, die in beiden Dateien drin sind. Das kann man wieder entsprechend aufdrüsten und kann sagen, okay, mit minus 1 unterdrücke die erste Spalte, mit minus 2 unterdrücke die Spalte 2, also alles, was nur an der zweiten Datei drin ist, und mit minus 3 unterdrücke die Spalte 3, also unterdrücke alle Zeilen, die identisch sind. Und dieses Beispiel ganz unten zeigt dann, wenn ich mit minus 1, 2 das Ganze aufrufe, bekomme ich nur die Zeilen angezeigt, die exakt in beiden Dateien drin sind. Das ist insofern ganz hilfreich, wenn ich dann sehen kann, okay, ich habe zwei Dateien, die ich miteinander vergleichen will und ich möchte nur alle Zeilen haben, und die wirklich in beiden Dateien komplett enthalten sind. Das ist im Endeffekt ziemlich viel, ich sage mal, ziemlich einfach, also jetzt einen Diff zu nehmen und einfach zu gucken, was liegt. Müssen die sortiert sein? Irgendwas war, glaube ich, da gekommen. Steht. Ich frage aber, ob die einzelnen Zeilen... Ah, da steht, sorry, ja, da steht es. Entschuldigung. Ist okay, wir hatten es nicht mündlich erwähnt. Ja, die müssen an der Stelle sortiert sein, damit KOM das sozusagen auseinanderhalten kann und gucken kann, sind die einzelnen Zeilen, folgen die aufeinander. Wollen wir joinen? Wir joinen, weitermachen? Gut. Das ist ein Werkzeug, was ich sehr, sehr mag und was ich aber, sage ich mal, erst sehr, sehr spät und auch im Rahmen von dieser ganzen Recherche wiedergefunden habe. Das ist ein Werkzeug, das erlaubt es uns, einzelne Dateien zusammenzukleben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Spalten haben und wir wollen unserer Ausgabe eine dritte Spalte hinzufügen, die ersten beiden Spalten sind in der einen Datei und die dritte Spalte ist in der zweiten Datei, dann macht join folgendes, dann schaut es, nimmt die ersten beiden Spalten aus der ersten Datei, nimmt den Inhalt der zweiten Datei und sortiert das nebeneinander an. Das kann man hier an dem Beispiel sehen, ich habe da oben gesagt, okay, wir haben eine Nummer und einen Namen, das können zum Beispiel Matrikelnummern sein, oder auch Personennummern, je nachdem. Und dann haben wir eine zweite Datei, die heißt einfach Geburtstage und da sind Geburtstage drin, ebenfalls wieder mit der entsprechenden ID und mit den Join-Kommandos kann ich das spaltenweise ausgeben, das heißt, da wo die gleiche ID und die gleiche Nummer auftaucht, taucht dann auch der entsprechende Geburtstag auf. Das ist im Endeffekt wie so eine etwas einfache SQL-Anfrage, wo zwei Sachen in die Runde gelegt werden. Dann haben wir noch eine Reihe von Optionen oder Schaltern, also zum Beispiel Header. Header wird halt benutzt, um zum Beispiel Kopfzeile beizubehalten, dass diese halt nicht verändert wird. Also wenn es zum Beispiel irgendeine Art Überschrift ist oder so. Und es wird auch geguckt, ob das Ganze mit großen und kleinen Spannungen ist und wird nämlich auch geschaut, also wenn man das Minus Header nicht angibt, werden die Inhalte aus der ersten Datei genommen und nicht von dem zweiten überschrieben. Also da muss man auch nochmal genau schauen. Dann haben wir noch Minus T, wo ich sagen kann, ich möchte ein Trennzeichen angeben, also als Spaltentrennzeichen. Hier in dem Beispiel habe ich gesagt, ich möchte ein Komma haben, deswegen steht Join-T Komma und dann komme ich an der Stelle eine CSV-Datei heraus, die quasi ein Komma als Trennzeichen hat. Mit Minus I kann ich noch sagen, Groß- und Kleinstachungen ignorieren. Das ist insofern richtig, wenn man jetzt verschiedene Textdateien hat, wo die einzelnen Kopfzahlen und die einzelnen Einträge unterschiedlich sind, also meinetwegen, wenn man in der einen Datei Nummer in Großbuchstaben geschrieben hat und in der anderen Nummer in Kleinstachung. Mit Minus I kann Join genauso etwas herausfordern. Ansonsten, wenn man den Charter nicht angibt und unterschiedliche Schreibweisen hat, kommt man oder sagt Join, ich kann das nicht richtig zusammenfügen, weil ich finde keine Beispiele. Paste kommt noch ins Spiel. Paste ist insofern ganz klasse, weil es ebenfalls zwei verschiedene Dateien zusammenfügt. und es kommt also jetzt im Endeffekt so ähnlich wie Join, aber es macht an der Stelle noch etwas weiteres. Es kümmert sich nämlich um diese ganze Zeilengeschichte. Also, die erste Zeile von der zweiten Datei wird als weitere Spalte zur ersten Zeile hinzugefügt. Im Prinzip genau das gleiche, was das Join an der Stelle auch macht. Aber es hat einen Vorteil. Ich kann eben zum Beispiel sagen, ich möchte unterschiedliche Spaltentrenner haben. Das ist das, was Join nämlich nicht kann. Deswegen, mit Minus D nehme ich ein entsprechendes Trennzeichen an, einen Delimiter. In dem ersten Beispiel haben wir wieder ein Komma als Trennzeichen und in dem zweiten Beispiel haben wir zwei verschiedene Trenner. Das heißt, zwischen der ersten Spalte und der zweiten Spalte bekommen wir das Eintzeichen als Trenner und zwischen der zweiten und der dritten Spalte bekommen wir das Komma. Und es tut, glaube ich, nicht auf die erste Spalte schauen zum Mischen, sondern einfach Zeilennummern mehr oder weniger nehmen. Es kümmert sich wirklich Zeilennummern, es schaut nicht auf die erste Spalte. So, dann kommen wir zu einem Tool, wo wir sehr lange gerätselt haben, wofür ist das eigentlich überhaupt nützlich. Es ist offensichtlich, was es macht, außer dass ich hier das große H beim Übersetzen ins Deutsche vergessen habe. Also, ignoriert das große H hier, es sollte ein kleines sein. Das ist ein Copy-and-Paste-Fehler. Aber ja, es dreht einfach die Reihenfolge der Buchstaben innerhalb einer Zeile um. Und irgendwann auf der Toilette muss ich an dieses Buch hier denken. Das ist der tiefere Sinn des Labens. Die Originalfassung ist auf Englisch von Douglas Adams und John Lloyd. Und der Sven Böttcher hat sich irgendwann an die Idee gefasst, das Buch, also nicht das Buch zu übersetzen, das kann man nicht übersetzen, weil es ist lauter Wortwitz. Er hat es auf Deutsch neu geschrieben. Und im Großen und Ganzen ist das eine Liste von Ortsnamen, im Original in Großbritannien, irgendwo im Commonwealth. Und sie haben Bedeutungen zu den schrägesten Ortsnamen erfunden. Der tiefere Sinn des Labens ist das gleiche mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Ortsnamen. Also ein neu geschriebenes Buch, einfach nach dem gleichen System. Und zwischendrin gibt es so ein bisschen Korrespondenz zwischen dem Übersetzer beziehungsweise Neuautor und dem Verlag. Und da möchte ich mal einen Absatz vorlesen. Lieber Nico, muss den Abgabetermin nochmal verschieben, habe doch geringfügige Schwierigkeiten, gewisse Dinge zu ersetzen. Gibt es einen Straßenatlas, in dem Ortsnamen nach Endsilben sortiert sind? Nein, gibt es nicht, kann man sich aber selber machen. Mit REF. Ich habe ja mal ein Beispiel genommen, in dem DBM-Paket MISC-Files gibt es diese Länderliste, ist halt auf Englisch, aber egal. Da stehen vorne irgendwelche zweibuchstabigen, dreibuchstabigen Abkürzungen drin, Doppelpunkt und dann irgendwann an vierter Stelle der Ländername, deswegen dieser AWK. Und dann tue ich das durch REF durch Pipen, dann tut er die Ländernamen umgekehrt schreiben, dann sortiere ich das Ganze und dann schreibe ich es wieder andersrum und gebe halt jetzt für das Beispiel auf der Folie die letzten zehn aus und ihr seht da zum Beispiel, dass Germany ganz kurz vor Hungary sortiert wird, weil ANI ist halt kurz vor, ANY ist kurz vor ARY und ganz hinten ORY. Also ja, es gibt sinnvollen Anwendungszweck und in den 90er Jahren wurde danach gefragt. Ja, und es ist im Paket UTIL-Linux und damit auch auf jedem DEVIAN und Ubuntu mit drauf und auch auf jedem sonstigen Linux wahrscheinlich. Ja, ein ähnliches Programm, nur nicht jede einzelne Zeile umgekehrt sortieren, sondern die ganze Datei, die einzelnen Zeilen in der Reihenfolge austauschen, nämlich von hinten anfangen mit der letzten Zeile bis zur vorderen Zeile ist TAC. Das kann man sich ganz leicht merken, es ist nämlich CAD rückwärts geschrieben. Auch da gibt es sicher sinnvolle Sachen wie Sortierung umdrehen oder irgend so was. Also das TAC ist ein sehr beliebter Bestandteil bei den Prüfungsfragen von LPI. Okay. Das taucht dann immer wieder auf und vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, da mal für eine LPI-Vorantur durch diese Liste durchzugehen, weil dann taucht sicherlich das eine oder andere danach auf und man sagt, das hätte ich dann noch wissen müssen. Ja, schaffe. Ja, schaffe. Oh ja, das ist sehr schön. Das ist so eine Sache, da habe ich eine ganze Weile danach gesucht und wollte erst überlegen, wozu braucht man denn das? Das ist ein kleines Programm und das erzeugt, das generiert Zahlen, das ist wie so ein bisschen Lottospielen und ich kann an der Stelle sagen, okay, ich möchte gerne eine zufällige Ausgabe von Ziffern haben, wie zum Beispiel hier in dem allerersten Beispiel, wo ich sage, gebt mir bitte mal die beliebige Reihenfolge der Ziffern 1 bis 5 aus, habe ich dann überlegt, wofür könnte man das denn brauchen, nicht richtig was gefunden, dann mit anderen Werten experimentiert, in dem zweiten Beispiel habe ich dann 5 aus 25 gefunden, also suche mir 5 Zahlen aus 25 aus und gebe mir das in beliebiger Reihenfolge aus. Das klingt schon so, als könnte man da mit Lotto spielen. Ja, und Oliver hat einen Vorschlag dazu. Kommt dann jede Zahl nur einmal vor? Die Frage ist, ob jede Zahl nur einmal vorkommt und ich meine ja. Ja, es kommt jede Zahl nur einmal vor. Und man kann damit Lotto spielen, denke ich. Ich habe dann überlegt, das könnten Indexwerte sein. Das funktioniert also nicht nur mit Zahlen, sondern es funktioniert auch mit Textdaten, also mit Textzeilen. Also könnte man auch, so etwas wie Fragen sortieren oder Fragen aus dem Spiel auswerten oder sagen Prüfungsfragen für jemanden zusammenwürfeln. Und ich habe dann überlegt, das Praktischere sind vielleicht Audio-Dateien, die ich abspiele. Und deswegen habe ich hier unten noch keine Finde. Das ist aber jetzt schon Ansort, weil das macht wirklich Zeilen durcheinander würfeln. Ja, das ist richtig. Das Ansort braucht ja ganz oben auch mit aus, weil das, Ansort kann an der Stelle Zahlen als auch Buchstaben und Folgen benutzen. Und ich verwende das hier unten, um beispielsweise in einem Musikarchiv mir eine beliebige Reihenfolge ausgeben zu lassen. Im Prinzip, ich gebe euch das Archiv durch und lasse mir ein Musik-Exerzeugen. Ja, sei einfach nochmal darauf hingewiesen, auf das Minusprint 0 und die beiden Minus 0. die sorgen dafür, dass die Dateinamen getrennt werden durch ein 0-Byte und Ansort und X-Args müssen wissen, dass sie jetzt Input getrennt an 0-Bytes bekommen. Damit kann man wunderschön MP3-Dateien verwenden mit Find, obwohl da gerne Leerzeichen drin sind, weil man ja irgendwie vielleicht nicht den Underscore zwischen Vor- und Nachname vom Interpret haben möchte. Oh, da sehe ich gerade noch einen Tippfehler. Das können wir dann für die nächste Variante verwenden. Wir müssen ja was für die nächste Variante zum Verbessern haben. Es gibt die beiden Kommandos, expand und unexpand, und die Idee der Handlung ist relativ simpel. Ich sage an der Stelle expandieren und nicht expandieren, also zusammenfügen und mit expand kann ich an der Stelle sagen, ich möchte das Ganze, ich möchte Leerzeichen in Tabs umwandeln und mit dem unexpand kann ich Tabs wieder mit Leerzeichen und wandeln. Und das ist hier in der Darstellung nicht ganz so gut zu sehen. Also die Standarddarstellung sind acht Leerzeichen. Also wenn ich jetzt diesen Namen dort oben ausgebe und wenn ich auch sage expand minus T10, dann beginnt meine zweite Spalte, nämlich an der zehnten Position auf der jeweiligen Zeile. Und mit einem unexpand kann ich das wieder zurückwandeln. Das ist eben hilfreich, wenn man unterschiedliche Textdateien hat, der eine schreibt das halt mit Leerzeichen und der andere schreibt es halt mit Tabs, die Nachgefahrheit. Bloß bei Python-Code muss man glaube ich aufpassen. Ja, aber das ist ein eigener Vortrag für sich. NUM-Format, ich glaube, das ist was für dich. Das ist was für mich, okay, gut. NUM-Format, ja, Textwerkzeug, naja, ist das eher ein Zahlenwerkzeug. Ihr kennt das ja sicher alle bei Festplatten, da steht acht Terabyte drauf und der Rechner sagt euch dann nachher ja, 7,3 Terabyte oder so. Und da sind wir dann halt bei dem Thema, ja, ist jetzt ein Terabyte auf Basis 1000 oder 1024 gedacht. Und NUM-Format tut genau diese Konvertierung für euch machen. also SI-Einheiten, da ist ein Kilo halt 1000. Und wenn man in den IEC-Einheiten oder das, was wir auch mit dem, oft wird halt auch diese I-Schreibweise benutzt, das halt nicht K für Kilo, sondern KI für Kilobyte, die 1024 sind, macht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das auszugeben mit den entsprechenden Buchstaben schon nackt. Es ist die andere Richtung, also es gibt die Hinrichtung und die Hinrichtung ist auch ein komisches Wort und die Rückrichtung. Das geht bei der anderen Seite von Hinrichtung leider nicht so gut, die Rückrichtung. Ja, und hier haben wir halt ein Beispiel, wo die Verkäufe einfach ein bisschen menschenlesbarer gemacht werden. Es gibt auch eine ganze Ladung Libraries in allen möglichen Programmiersprachen, die das auch machen und meistens heißen die Human Bytes oder so ähnlich. So, Timeout, Timelit sind nochmal deine. Ja, Timeout und Timelit und das sind zwei kleine Programmchen, mit denen man die Laufzeit eines Programms begrenzen kann. Wir kennen das ja alle, wir haben ein kleines Kommando, wir lassen das laufen und dann wollen wir eigentlich an der Stelle wissen, wie lange läuft das und irgendwann wollen wir nur sagen, jetzt ist die Zeit aber um und wir wollen das halt doch nicht Ewigkeiten laufen lassen. Ja, also irgendein Feindkommando laufen lassen oder irgendeinen Suchweg oder was auch immer und mit Timeout und mit Timelit kann man sowas einstellen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte gern einen Prozess laufen lassen und wenn der Prozess nach zehn Sekunden immer noch läuft, dann soll er automatisch beendet werden. Das ist insofern ganz cool und man damit sagt nach zehn Sekunden soll es soweit sein. Und der Unterschied zwischen Timeout und Timelimit ist an der Stelle Timeout wartet genau bis zu unserem festgelegten Zeitpunkt und wenn der Prozess dann noch nicht fertig ist, dann kriegt es einfach ein SIG-Kill und das Timelimit ist an der Stelle ein bisschen freundlicher, das schickt den Prozess vor, haben wir noch eine kleine Warnung also ein SIG-Turm und sagt dann an der Stelle ja, wenn der Prozess darauf reagiert, ist alles gut, wenn der Prozess nicht darauf reagiert, dann schickt es ihn sozusagen ein SIG-Kill. Also wenn du nicht hörst, dann ist du halt getötet. Da gibt es eine Rückmeldung aus dem Publikum. So würde ich da eigentlich auch mit dem Core-Ut als Timeout geben. Also entweder kann ich die Signale im Timeout eingeben oder ich kann die Timeout noch trainen, falls ich jetzt noch das eine Tool habe. Aber eigentlich habe ich das mit Timeout auch schon gesehen, das ist richtig. Also die Anmerkung aus dem Publikum war, dass man auch andere Kommandos oder andere Signale noch schicken kann. Das ist richtig. Das müsste man aber an der Stelle speziell noch einschalten. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, da rufst du zweimal Timeout hintereinander in einem Befehl auf. Also Timeout minus S Term 10 und dann Timeout minus S 9 Kill oder 15 Kill für ne jetzt bringe ich die Switcher zu. Aber egal. Du sagst einmal, du rufst auf der ersten Ebene Timeout auf mit einem einfacheren Signal, das freundlicher ist und rufst dahinter selber in derselben Kommandozeile nochmal Timeout auf. Das heißt, du schachtelst es wirklich. Okay, dann habe ich dich richtig verstanden. Also die Idee ist, das was Timelabit kann, mit zwei Timeouts geschachtelt zu machen. Geht auch. Kann ich mir gut vorstellen. Danke für den Hinweis. Das was Timelabit an der Stelle mitbringt, ich kann Ihnen sagen, welche Warnzeit es haben soll, ich kann Ihnen sagen, welches Signal es senden soll und ich kann Ihnen auch sagen, was zwischen der Beantwortung der Warnzeit und dem Tötet des Prozesses läuft, beziehungsweise welches Signal ich ihm an der Stelle schicken soll. Und damit kann ich Ihnen genau sagen, warte 10 Sekunden und wenn du dann immer noch nicht aufgehört hast zu existieren, dann kommt dann wirklich das endgültige Timeout. Und hier ganz unten war, wie gesagt, das Timelabit mit zu sagen, warte 10 Sekunden und wenn der Prozess an der Stelle dann immer noch nicht beendet ist, es werden immer noch mehr Meldungen kommen, dann wird also dieser Timelabit Prozess abgebrochen. So, Sponge ist nochmal eins von meinen Lieblingstools. Das ist ein Paket More Utils, das ist glaube ich nicht standardmäßig installiert, aber außer dass es mit GNU parallel noch einen Konflikt, Installationskonflikt hatte. eigentlich ganz gut nutzbar. Wir haben so das Problem, man hat irgendwie eine Datei und die will man mit irgendeinem Tool automatisiert bearbeiten, aber das Tool kann bloß Standard In, Standard Out und wenn man dann sowas macht, wie hier in der Zeile, dann geht das schief, weil die Shell zuerst bar leert und neu öffnet und dann aufruft Cat und dann funktioniert das halt nicht mehr und es ist leer und die Daten sind weg. Ja, ich weiß, SED kann mittlerweile mit der Option Minus I das selber, aber es geht um das Generische und Sponge macht halt genau an der Stelle, dass es den Schreibprozess erst in dem Moment startet, wo der Input aufgehört hat, also wenn End of File bekommen hat, dass es dann erst alles rausschreibt und Nachteil, es speichert halt so lang alles in Memory, also man will das vielleicht nicht mit Terabyte großen Dateien machen, aber so für das kleine Shell-Skript zwischendurch ist das eigentlich noch relativ nett. Ich brauche es immer mal wieder auf der Kommandozeile, wenn halt nicht nur ein SED ausreicht, sondern man da wirklich so eine ganze Ladung von Pipes hintereinander hat, AWK, SED, Cut, whatever. Und Englisch Sponge, das heißt ja auf Deutsch Schwamm, also er saugt alles auf wie ein Schwamm und gibt es dann nachher bitte aus. Da ist noch ein Kommentar im Publikum. Dieses More Utils, was drin ist, ich höre gerade zum allerersten Mal vor reden, ist das generell empfehlenswert, ist das noch mehr? Die Frage ist, was sonst noch so im Paket More Utils drin ist. Aus dem Stehgreif weiß ich es nicht, es sind viele kleine Kommandozeilentools drin, manche weniger nützlich, Sponge es zu installieren. dbkg- groß-l More Utils, wenn es installiert ist und einfach mal schauen, was im User-Bin-Verzeichnis so rumliegt. Mehr weiß ich jetzt auch aus dem Stehgreif nicht. Ja, noch? Ich habe gerade die Webseite angeguckt und Sponge nimmt nur die Ausgabe von Standard oder auch von Standard Error? Die Frage ist, wie es mit Standard Error aussieht. So viel ich weiß, nimmt er nur die Ausgabe von Standard in weil auch die normale Shell-Pipe nur die Ausgabe von Standard in nimmt. Aber du kannst ihm ja mit einer Umleitung von Standard Error nach Standard in natürlich auch den Standard Error mit schieben. Wenn du es nachher wieder in die gleiche Datei schreiben willst, die du anfangs als Basis genommen hast. Das ist der ganze Kern des Programms. Du kannst die Datei, die du als Input nimmst, gleichzeitig wieder als Output verwenden, ohne dass du sie löscht, weil das größer als sie als allererstes öffnet. Das ist so der Kernpunkt von diesem Programm. Typisch Unix, genau einen Zweck, aber den macht es richtig gut. Dann haben wir noch eine ganze Ladung Pipe-Helfer, die als Status- oder Fortschrittsbalken Terminal, wo sie dann die Status- Meldung hinausgeben, das heißt innerhalb von einem im Hintergrund ablaufenden Shell-Skript aus dem Chronjob bringt es nichts, aber da will man auch keine Status- Meldung normalerweise haben. Und es gibt eine ganze Ladung in Debian. PV, Pipemeter und Bar sind sehr ähnlich. DD aus Core-Utils ist überall installiert, kennt man auch unter dem Beinamen Disk-Distroy, weil wenn man es falsch bedient, ist die Disk-Leer oder mit dem Falschen beschrieben. Das kann man aber auch ganz simpel als solchen Durchflussmeter nehmen, allerdings erst ab einer bestimmten Version. Und dann gibt es noch Progress, das ist ein eigenes Paket, ein eigenes Programm, das tickt ganz anders und komme ich gleich dazu. Ein Beispiel für die ersten drei, die relativ gleich sind, relativ ähnlich, haben einfach ein bisschen unterschiedliche Features, aber im großen Ganzen, alle können irgendwie einen Status balken, sie können auch alle eine Prozentangabe und eine Estimated Time of Arrival, also wann ist es fertig, sofern man ihm sagt, wie groß die Datei ist, die Daten sind, die durchgehen. Sonst macht es einfach bloß ein Hin und Her oder tut einfach bloß am Ende einmal Statistik ausgeben und ihr seht die Balken sehen ein bisschen anders aus, hier ist mit Gleichzeichnung größer als und mal steht der Durchsatz hinten, mal vorne und bei Bar ist es auch nicht anders, also ja interessant wird es dann eben, DD kann das auch, aber eben erst ab, ich habe die Version im Core Utils vergessen, aber Debian 9 Stretch und Ubuntu 14.04 haben es ältere Versionen nicht, die älteren Versionen sind im Normalfall aber mittlerweile eh schon nicht mehr supported, also sollte mittlerweile bei allen Linuxen gehen, außer vielleicht REL 6 Software und zwar ist es einfach die Option Status gleich Progress, das gibt dann halt auch so im Prinzip eine wirklich fortlaufende aktualisierte Statusmeldung aus, kann man auch bei jedem anderen DD-Kommando mitgeben, also wenn man mit DD direkt was arbeitet, irgendwie Block Devices hin und her kopiert, hilft Status gleich Progress auch, aber man kann es eben auch so als Progress Meter für irgendeine Pipe verwenden, macht dann halt nichts anderes als Input nach Standard In nach Standard Out schieben und messen. CPipe fällt ein bisschen raus, steht für Counting Pipe oder irgendwie so, es macht ohne Parameter erstmal gar nichts, das ist ein großer Unterschied zum anderen und es tut nicht eine Zeile im Moment neu schreiben, sondern es tut wirklich bei jedem Messvorgang eine Zeile schreiben, also es rauscht relativ schnell an einem vorbei, ist aber vielleicht, wenn man irgendwas programmieren will, das angenehmere, weil der Output leichter zu parsen ist, wenn da nicht noch irgendwelche Control-M's oder so mitgesendet werden, carriage return. Und dann kommt Progress. Progress habe ich relativ spät entdeckt und es funktioniert, ich sage mal vorsichtig, etwas unintuitiv. Ich starte einen Prozess und Progress rufe ich nachher auf und Progress sagt mir dann in dem Moment, wo ich es aufrufe, wie weit der Prozess ist. Und ihr seht hier, vorhin war das immer 480 Megabyte, hier sind es nur 121 und das liegt daran, dass Progress in dem Fall auf das komprimierte File geht, statt auf das Endkomprimierte, was halt bei einer Pipe typischerweise der Fall ist. Und zwar schaut, wo in der Datei liest GZIP gerade die Daten. Also es geht wirklich durch das Proc-File-System und wuselt darum und sucht sich da seine Infos zusammen und wenn es kein Programm findet, das es kennt, dann sagt es einfach, welche Programme es kennt. Sprich, wenn eins von diesen Programmen, die hier aufgelistet sind, vorkommt, dann zeigt es die Infos an, wo dieses Programm gerade ist. Es sind größtenteils Programme aus Core-Utils, aber nicht nur. Und dann gibt es noch den Monitoring-Modus. Das ist das äquivalent oder ähnlich zu den anderen, wo es permanent neu misst und neu anzeigt, wie weit denn jetzt bitteschön dieser Prozess ist. Aber auch hier basiert es wieder auf den Input- oder Output-Daten. nach dem Motto, wo schreibt oder liest der Prozess gerade. Eben, und irgendwie fehlen hier gerade, sehe ich so ein bisschen, Monitoring-Modus von Progress ist die Option, glaube ich, Minus Groß-M, Minus Klein-M. Das Minus, eins davon sorgt dafür, dass es wartet, bis ein Programm auftaucht und das andere sorgt dafür, dass es immer wieder erneut wiederholt die Messung durchführt. Irgendwie ist auf den Folien da was hops gegangen, da fehlen eigentlich unten die Optionen. Aber eben Minus Klein-M und Minus Groß-M sind die relevanten, die ich immer brauche. Und das Schöne ist, man kann es auch noch mit anderen Programmen als denen, die hier angegeben sind, verwenden. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Tool hat, was irgendwas im Hintergrund herunterlädt, keinen Output macht und man will wissen, wie weit ist der Download denn. Dann kann man progresst sagen, bitteschön, nimm nur Prozesse, mit diesen Prozessnamen haben und schau dort, zum Beispiel, Firefox ist ein schlechtes Beispiel, aber mit dem geht es auch. Und dann zeigt er halt an, wie viele Bytes schon, oder Megabytes schon auf die Platte geschrieben worden sind. Natürlich weiß man da nicht, wie viele es sein werden, aber das weiß man vielleicht so, weil man weiß, was das Ding runterlädt. Ja, oh, da sind viele Fragen. Da vorne jetzt mal. Wir müssen aber kurz irgendwie aufpassen, dass wir ein Zeitpunkt haben. Ja, ich weiß. Also eben, er geht standardmäßig geht er nur auf die hier aufgelisteten und zwar auf alle, die er findet. Er zeigt dann auch mehrere Prozesse an, wenn mehrere laufen und man kann ihm aber noch zusätzliche Prozesse angeben oder sagen, nur diese. Dann war noch eine zweite Frage dort. Gleiche Frage gewesen. Okay, gut. Die Tools haben ja den gleichen Stoke, was die machen sollen, oder? Bitte, ja. Die haben alle die gleiche Aufgabe. Ja. Ist es irgendein dabei, was da auch vielleicht den Prozess zu drehen? Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, CPipe kann auch den Durchsatz begrenzen, limitieren, aber als einziges meines Wissens. So, dann das sind ganz kurz noch Ergänzungen von vorherigen Zuhörern. Q, das ist ein Tool, mit dem man SQL-artige Abfragen auf Text machen kann und Too Lazy Didn't Read ist eine Community, die versucht, Main Pages zu kürzen und gleichzeitig die typischen, praktischen Beispiele reinzubringen. Und das wäre es dann auch schon. Hier sind nochmal die ganzen erwähnten Debian-Pakete aufgeführt, beziehungsweise bei Q einfach der Link zur Webseite. So, wir sind genau in Zeit, habe ich das Gefühl. Dann würde ich sagen, wenn jetzt noch generelle Fragen sind oder Vorschläge, da hinten ist mindestens mal eine Meldung. Ja, also, okay, Hinweis auf die Wikipedia-Seite zu KiwiByte, wo das I hinterm K für Kilobyte mit 1024 anscheinend sehr amüsant erklärt wird. Nee, ich glaube, es wäre noch zu kalt. Also, ja. Gut, dann danken wir fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass so viel da war. Applaus Ich hoffe, es war was für euch dabei. Kunden brez, подум wenigstens ein. Ja, nochmal